Jo Leute was geht ab, Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Angespielt und heute haben wir das wunderschöne Spiel, nein möchte ich nicht, wunderbares Spiel WRC5, mal was ganz anderes, so habe ich ja irgendwie noch nie so ein Rennspiel oder so gemacht, aber ich habe die Demo letztens bei Steam gesehen, habe ich gedacht, komm das machst du mal, so ein bisschen Rally fahren, komm schnelle Rally, schnelle Wertungsprüfung Alles klar, okay, yep, so Auto und Team, WRC, Honda, ne ich will ja keine Honda fahren Ich kann nichts auswählen, Freunde, ich muss das, ich muss die, das Fass hier nehmen So, ich kann das aber machen, dann machen wir, da oder da, Australia oder durch Schnee Nein, komm ich mach mal hier Australien, obwohl Eis natürlich arschlustig ist, komm ich mach Eis, Eis ist geil, Auto konfigurieren, ja Schnee und Eis macht Sinn bei Schnee, so, ich bin gespannt, ich weiß nicht mal was WRC5, WRC heißt, ich habe mich überhaupt noch gar nicht damit beschäftigt, aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Auto fahren, so und jetzt schauen wir mal, was so abgeht, ich hoffe, WRC ist die Steuerung, habe ich mir nämlich auch noch nicht mit beschäftigt, aber ihr wisst ja so spontan, oha, hört er schon, wie er wieder knackt, Steuerung Alles klar, keine Ahnung Starten Also WRC fährt man schon mal nicht Uiuiuiuiui, wow, wow Junge, wie glatt ist das denn hier, bitteschön Muss man noch bremsen oder was, oh ja Uiuiuiui, da hat sich schon wieder geknallt So, jetzt kann ich mal ein bisschen vorsichtig Kann er mal die Schnauz halten Ich will einfach noch ein bisschen fahren Oh ja Realistisch, dass so ein Weidenzau nicht kaputt geht, aber okay Oh, jetzt geht's hier berghoch so ein bisschen Oh, dann muss ich wieder in die Eisen Heißt die zwei der Gang? Soll ich dann in den zweiten? Oh, jetzt kommen meine Schneefreunde Uiuiui, jetzt muss ich auch runterschalten Zweiter Gang, links Schön genommen, schön gedriftet Arsch langsam, aber okay Oh, hier können wir im dritten durchfahren Was? Oh, oh, oh Ah, wir sind am Start Wir sind am Start Ja, okay, die haben wir geil genommen Oh, da geht's ein bisschen in die Eisen Jo, alles klar Okay, das war nicht so gut Aber wir haben ja auch einen Honda Wir haben ja auch keinen Ich hätte schon einen BMW 5er oder so Hätte ich jetzt geil gefunden Oder so Ist ja ein Skyline Das war kein Ready-Auto, aber ist ja egal Oh, hier ist 50 50 Hier darf man 50 fahren So Müssen wir gleich gucken, wenn dann das durchgestrichene Schild wiederkommt Wenn 50 vorbei ist Na komm, wir gehen Vollgas So, hier kann man aber herballern Oh, jetzt muss ich in die Eisen Uiuiui Bisschen Och, kann man ja nicht mal ein bisschen Offroad fahren, oder was? Was ist denn hier? Sehr enge Kurve da gerade gewesen Noch so eine Seppentine Ich gehe wieder voll in die Eisen Ah, leer, das ist Handbremse, glaube ich Mal ein bisschen Handbremse Oh ja So geht der Arsch doch richtig schön rum So soll's sein Uiuiuiui Hey, nix Hat der gerade Vollgas gesagt? Alles klar Vollgas Oh, Eisen Jawohl Okay, nix Oh, Handbremse Bisschen zu lange gehalten, glaube ich Boah, das knallt aber immer im Auspuff, du Wollen wir mal durchziehen Wir sind im letzten Im letzten Fünftel Mal richtig Vollgas geben Müsst du mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht die Bestzeit ist, Freunde Oh, hier geht's nochmal schön hoch Da bleib ich mal Vollgas Ui Oh Bisschen Von der Strecke abgekommen Vorne ist irgendwo das Ziel Ist das eine Kür? Moin Jungs Alles gut bei euch? Bewegen die sich? Bewegen die sich? Ja, ein bisschen Ja, sie leben Sie leben So, da geht's Jetzt wir mit 1 ED Ich wollte eigentlich mit so einer geilen 180 Grad Drehung hier rein Aber das Naja Oh, den hab ich aber Den hab ich aber gut bearbeitet So, wir sind letzter Aber so schlecht Also, so weit hinten sind wir jetzt auch nicht, ehrlich gesagt Also Ich hätte jetzt mehr gedacht Ja Das war WRC 5 Ich hoffe, euch gefällt das Spiel Komm, die andere Strecke machen wir auch nochmal Hier, warte mal Wo geht denn das? Auto können wir ja mal nicht machen So, zack Starten wir den Bums auch nochmal Hier ein bisschen in Australien rumballern Gucken wir, was da so los ist Ein dynamisches Schadensmodell gibt's hier, Freunde 400 Kilometer Wertungsprüfung So, ich geb jetzt hier erstmal richtig Jetzt bin ich drin Ohne Scheiße Ich versuch jetzt mal ohne Ich versuch jetzt mal ohne Witz schnell zu fahren Ich versuch jetzt mal echt gut zu fahren Ja, auf geht's So Alles klar Wiii Also ich versuch mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren Deswegen halte ich mal ein bisschen die Schnauze Uiuiui Ne, ist doch Nicht euer Ernst Kann man nochmal neu anfangen? Ey, das Jetzt mal ohne Scheiß Also da Wir hätten da so eine Kurve hingebaut So Jetzt aber Also Boah, die ist aber echt spitz, mein Freund Spitz wie nach was Lumpi So Hier rechts Zum Eingang Oh, schön genommen Komm, wie flüssig ich hier durchballer War auch flüssig Ja Oh, schön Schön genommen Gut durchgekommen hier Ja Man darf nicht so viel bremsen Man muss mehr gleiten Hab ich immer so das Gefühl Hier kann man ein bisschen Hier kann man ein bisschen Dampf geben Ja Bremsen Und jetzt Vollgas, Vollgas, Vollgas Ich hätte jetzt gedacht Hier geht's direkt rechts rum Aber nein Geht's jetzt nicht Ich weiß Ich hab keinen Plan davon Was der da labert Ich hätte echt gesagt Uiuiuiui Wir kommen gar nicht so schnell Mit dem Reden hinterher Weil ich hier so schnell herballer Freunde Eng öffne dich Sagt er Ich glaub wir sind ganz gut unterwegs Ich glaub wir sind ganz ordentlich am Start Woa woa Nicht drehen Nicht drehen Mein Gott ey Der brems Geht aber auch ein bisschen Immer der Arsch weg hier So Zack Hier einmal rum Mais Ach du Scheiße War ich kurz abgelenkt Hat's ein bisschen geknallt Bremsen Bremsen sagt er Für Spitz rechts In Kuppe Macht zu Rechts Scheiße ey Hier sind haarnahle Kurven drin Dann wirst du ja blind Für Links Links 3 plus Auf Wenn man da zu schnell gewesen wäre Dann wäre man aber auch geradeaus drüber gesprungen Jetzt geht mal Dampf hier Komm Junge Wieder auf die Strecke Was machst du denn hier Und zack Bremsen Wieder Gas Und wieder Gas Für Links 3 Kurz Auf Rechts 2 plus Macht zu Uiuiui Nein Oh weiter geht's Weiter geht's War das meine Bestzeit Hab ich die jetzt da gerade so versaut Das ist die große Frage So weiter geht's Hier Zack Bremsen Für Harnahle Kurven Nicht schneiden Komm mal ganz kurz hier Finde ich auch dass es so unglaublich laut ist Äh So weiter geht's Ich glaube für euch ist es jetzt genauso laut Weil ich die Einstellung anders hab Aber Wow 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 Okay Letzte Fünfte ist angebrochen Oh schön genommen Die hab ich gut genommen Da bin ich gut Durchgecruised Ich glaube ohne Scheiß Wir haben eine relativ gute Zeit Ich hab das im Urin Als alter Rallye Fahrer Uiuiui Eisen Eisen In die Eisen Mal ein bisschen gleich im Ziel Da vorne ist noch so ein alten Wohnwagen Du Scheiße Ist das denn schon wieder für ne Kurve hier ey Ist ja kaputt Zack Hier geht's nochmal richtig schön um die Ecken Uiuiui Komm Kit Junge Komm so weit muss man mit dem Lenkrad spielen Ich glaub da macht das richtig Bock So jetzt kommt noch eine leichte Rechtskurve Davon ist das Ziel Yes Baby Win Ich hab's geschafft Krass Ich bin wirklich Erster geworden What the fuck Ich bin der King Ich bin der Ready King Das kann man glaube ich mal so festhalten Das ist auch glaube ich ein schönes Fazit Für dieses Angespielt Ähm Das hab ich gut gemacht Okay Ähm Ja Keine Ahnung Könnt ihr euch auch mal die Demo laden Und so Oder bei Steam Gibt's die gerade umsonst Äh Für ab und zu mal zwischendurch spielen Das ist ganz nett Ähm Ja Das soll es auch wieder gewesen sein Von diesem Let's Play Ähm Wenn euch das gefallen hat Gebt gerne einen Daumen hoch Das hilft mir sehr weiter Und ähm Ja Ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bleibt sauber Bis dann Tschüss G Nein G Marvel G120